Andermatt hat ja einen richtigen Lauf. Was sind die grössten Erfolge von dem letzten Jahr? Das Jahr 2021 war für die Andermatt-Swiss-Alpes-Gruppe ein absoluter Volksjahr. Wir haben den Wachstum und die Profitabilität steigern können. Gleichzeitig sind wir einen Schritt weiter unserer Vision, die erstklassige Alpendestination zu realisieren. Sehr starke Nachfrage im Immobilienbereich, im Hotelbereich, aber auch in unseren Sportaktivitäten. Und das trotz all den äusseren Umständen. Hier sprechen Sie vermutlich Corona. Haben Sie die Auswirkungen auch gespürt? Selbstverständlich. Auch die Andermatt-Swiss-Alpes-Gruppe hat die Auswirkungen von Covid gespürt. Wir hatten einen Rückgang in den Ski-Arenen, in der Andermatt-Sidron Sport AG mit den Ski-Arenen. Wir konnten das aber stark kompensieren mit einer erhöhten Nachfrage im Immobilienbereich, aber auch in der Hospitality mit allen unseren beiden Hotels. Und speziell auch eine gute Nachfrage in den Andermatt-Alpine Apartments, Mietwohnungen, die wir zusätzlich in Andermatt-Reuss vermieten wollen. Über Nachhaltigkeit reden ja ganz viele schon lange. Was genau macht Andermatt-Swiss-Alpes für einen umweltgerechten Tourismus? Nachhaltigkeit ist für die Andermatt-Swiss-Alpes-Gruppe ein Versprechen. Eine versprechende Qualität, heute, aber auch morgen. Wir haben mit Swiss-Tourismus zusammengearbeitet, um Swiss-Tenable-Label zu bekommen, über die gesamte Andermatt-Swiss-Alpes-Gruppe. Und da speziell stolz sind wir auf die höchste Auszeichnung in unserem Golfplatz in Andermatt. Die Alpine Mobilität haben wir gesteigert mit einer Vereinsgründung von Alpine Mobility, mit Elektromobilität, um die Schliessung in der Feriedestination Andermatt zu stärken. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020